Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 12. April 2021. Es gibt ein neues, etwas ungewöhnliches Spiel, bei dem man sich statt Stofftieren Mi-Charaktere schnappen muss. Laut MÜM, Mitarbeiterin bei der Spielezentrale von Island, gab es Beschwerden von Leuten, dass es doch unmenschlich sei, Mi-Charaktere wie Gegenstände zu behandeln. Allerdings änderten sie schnell ihre Meinung, nachdem sie das Spiel selbst gespielt und ihren ersten eigenen Fang gemacht hatten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich zorge gerade, jetzt also nicht. Was für eine Zeitverschwendung. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Adelaide Adi. Der 12. April war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.